Morgens halb neun auf dem Zoberberg. Während der Großteil der Schüler hinter den Fenstern der Ganztagsschule Zoberberg am Unterricht teilnimmt, haben sich um Schülersprecher Robert Bahn noch einige Schüler versammelt und sind mit dabei, als Schulleiter Andreas Weiprachicki mit dem Oberbürgermeister des Saroslaus auf dem Sportplatz steht und ihm seine und vor allem die Wünsche seiner Schüler vorstellt. Hier könnte eine kleine Tribüne hin, um bei Sportfesten zuzuschauen, wer das Rennen auf der neuen Tartanbahn macht, schwärmt der Schulleiter. Doch nicht nur dort werden die Vorschläge der Schüler am Beispiel untermauert. Hier stellt sich der Schulleiter eine Art Amphitheater vor, also so könnte man ein rundes Klassenzimmer im Freien schaffen. Oberbürgermeister Clemens Koschig hört und sieht sich alles gut an, weiß er doch, dass solch ähnliche Forderungen schon berechtigt sind. Damals, und das ist erst drei Jahre her, konnte das Außengelände der Schule am Zohoberg nicht fertiggestellt werden. Es fehlte einfach das Geld. Die Fördermittel aus dem Investitionsprogramm Zukunft der Bildung und Betreuung waren aufgebraucht. Nun seien zwar 1,7 Millionen Euro dafür im städtischen Haushalt berücksichtigt, doch ganz so schnell, wie sich die Schüler ein neues Umfeld wünschen, wird eine Realisierung wohl nicht möglich sein. Mit dem Grundanliegen, die Stadt Dessau-Roslau darauf aufmerksam zu machen, dass die Sanierung der Ganztagsschule Zohoberg bzw. des Schulkomplexes Zohoberg noch nicht abgeschlossen ist, sondern in 2008 erst ein Teilabschluss erfolgt ist und das Außengelände ebenfalls noch saniert werden sollte, wenn es den Bedingungen und Bedürfnissen einer Ganztagsschule und einer Rundschule entsprechen soll. Wir haben in den Schülerratssitzungen, die wir im vergangenen Jahr durchgeführt haben, das Problem angesprochen. Die Schüler haben es zum Teil auch selbst angesprochen. Wir haben die Schüler gebeten, Vorschläge zu erarbeiten. Das haben sie getan. Wir haben diese Vorschläge gesichtet, zusammengefasst und dann auf der Grundlage des Planes des damaligen Planungsbüros die Vorschläge konkretisiert und in Änderungsvorschlägen zu diesem Plan zusammengefasst, den wir dann mit den Änderungsvorschlägen heute übergeben haben. Die Wünsche der Schüler wurden allesamt auf eine Tafel gebracht und so konnte sich der Oberbürgermeister selbst ein Bild machen. Als besonderen Bonbon überreichte Schulleiter Weibrach-Ditzki dem Stadtoberhaupt einen Plan von dem Gelände, so wie es sich die Schüler nach der Fertigstellung wünschen. OB Koschig zeigte sich erfreut über das Engagement der Schülerinnen und Schüler, versprach das Thema ernsthaft zu verfolgen, warnte aber auch vor zu eiligen Aussagen. Die Gestaltung der Außenanlagen gehört ja eigentlich mit zu dem Gesamtprojekt und das ist immerhin nochmal ein fetter Brocken von 1,7 Millionen Euro, die hier geplant sind, auch mittelfristig eingestellt sind. Und um möglicherweise in diese Umgestaltung jetzt etwas mehr Tempo reinzukriegen, gibt es eben diese Vorschläge, was man eben auch selbst machen kann. Und so ist das ein sehr gutes Angebot aus der Schule, jetzt mal mittelfristig, wird es vielleicht auch einige Dinge geben, die etwas längerfristig dann geplant werden müssen, das ganze Programm auch umzusetzen und eben auch so umzusetzen, wie es der Planer mal ursprünglich vorgesehen hat, habe ich ja mit überreicht bekommen, sondern auch schon aktualisiert und überarbeitet nach den Wünschen und Vorstellungen aus den verschiedenen Klassen hier in der Schule. Dass es hier dem Schülerrat und der Lehrerschaft gelungen ist, die Schüler so weit zu motivieren, sich selbst Gedanken zu machen und dies zu Papier zu bringen und eben dann auch mir das Wort zu geben, wir sind dabei, wir wollen da mitmachen. Das ist sehr, sehr wichtig, weshalb ich ja heute auch der Schule und den Schülern zugesagt habe, all das, was ihr selbst mit anfasst und was wir möglicherweise in Kooperation mit der berufsbildenden Schule oder anderen Partnern hinkriegen, das hat dann bei der Umsetzung, dieses Gesamtprogramms höchste Priorität. Es sind kleine Schritte, die in den nächsten Jahren vollzogen werden sollen. Fest steht, dass rund 1,7 Millionen Euro für die Fertigstellung des Außengeländes vorgesehen und im Haushalt berücksichtigt sind. Doch die allgemeine Haushaltslage in Dessau-Roslau lässt ein schnelles Handeln nicht zu. Hier ist also Geduld gefragt, auch wenn das nicht immer so leicht ist.